Dein Zweifelsohne. Sparen Sie sich Ihre Komplimente, Sie älter Hund. Ich kenne zu viele von Ihren früheren Eroberungen, als dass ich in Ihren Honigtopf treten könnte. Na, im Ernst, was ist passiert? Ja, ich habe mich, dummerweise muss ich eingestehen, im Bergsteigen versucht. Bergsteigen? Dabei haben Sie ein Bein verletzt beim Bergsteigen. Ob Sie es glauben oder nicht. Vergeben Sie mir, gnädiges Fräulein, ich wollte mich nicht über Unglück lustig machen. Es ist nur Bergsteigen. Jetzt bin ich aber neugierig, was könnte Sie zu einem dermaßen tollkühnen Unterfangen getrieben haben? Also, ich werde es nie wieder tun, das kann ich Ihnen sagen. Der Gips ist so frisch wie mein alter Onkel Gustav. Wann haben Sie denn diesen Berg bestiegen? Gestern Nacht? Scharfes Auge, Oberst. Es ist gestern Vormittag passiert. Und wo genau in Paris ist dieser Berg? Nein, ich mache doch nur Scherze. Gnädiges Fräulein, Sie kennen mich doch. Meine Scherze sind ein bisschen grob. Wer sind denn Ihre drei Fäschchenbegleiter? Ich befürchte, dass keiner von Ihnen ein einziges Wort Deutsch spricht. Es sind Freunde aus Italien. Dies hier ist der hervorragende Sensations-Darsteller Enzo Gorlorni. Ein sehr talenteter Kameramann, Antonio Magheriti, und Antonios Kamerassistent Dominik de Cocco. Scherze sind Sie, das ist mein ganzes Freund, der Kolonel Hansland von der SS. Guten Tag. Scherze, ich bin ein Glückwunsch. Die Freunde der Verteidigung, die dieser Wälder unserer Kultur werden natürlich mit meiner Schutz für die Zeit des ihrem Sogiorno zu haben. Danke. Gorlomi, das Wort verpronunst du korrekt? Ja, das ist korrekt. Gorlami? Per cortesia, ich sage es noch einmal. Gorlami. Entschuldigung, mit mir? Gorlami. Einmal, einmal. Kolami. Wie ist sie? Antonio Margarete. Einmal? Margarete. Eine andere Mal, aber jetzt möchte ich die Musik von den Worten hören. Margarete. Margarete. Und sie? Dominique de Coco. Dominique de Coco. Bravo. Ich glaube, meine Kamerafreunde müssen ihre Plätze finden. Laschate mir vedere, wo ihr Billetti. Ich glaube, für einen Star von ihrem Status wird es nicht allzu schwierig gewesen sein, einen Premierenkarten für ihre Freunde zu besorgen. 0023, 0024 wird nicht mehr als viel schwierig. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Vielen Dank.